Schön, ha? Wunderbar. Tja, sag mal, wo sind eigentlich die Kinder? Tanja weiß ich nicht. Marcel ist gerade da hinten und bruddelt den Walter ein. Ah, echt? Ja, glaub ich. Marcel! Marcel! Was ist denn? Was hast du gemacht? Ich hab Opfer eingegraben. Das ist doch ein bisschen wahnsinnig. Warum? Andere tun das doch auch. Ja, aber nicht so. Papa! Papa! Wo ist Tanja? Die ist mit Oma da hinten beim Grillen. Was? Nee, nee, nee. Keine Feuerbestattung, Tanja! Keine Feuerbestattung!